Was sind deine Lieblingspflanzen? Oh, das ist eine gute Pfanne. Paprika. Oh. My. Her. It's. Paprika. Paprika! Paprika! Oh. 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 Wow. That was crazy. Geez. Was was? Was was? Paprika. Was du würdest in dein Garten wahrscheinlich viel Paprika setzen? Und gibt's hier auch verschiedene Paprika. bemüht er sich ein bisschen mehr? Ja, das ist. picture mit der sch nerve so wenigstens auf dem oder auch die drastischen illegalen. Jetzt wird das kleine Hausnetz eingeblendet. Und dann muss ich nochmal die Hälfte verschwunden. ydi. Wir können mit der Schwestern wirklich mal kennenlernen. Und wir können mit der Schwestern wiederholfen. Das ist der Schmerz. Die Schmerz ist einfach mal ganz wichtig. Und wir können hier jetzt auch mal aus, was baninhochen. Und wir können hier auch mal aussiteln. Es ist ja auch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020